Ganz herzlich willkommen zu unserem nunmehr 23. Familientreffen hier in Gera. Es wird immer persönlicher, familiärer. Die Highlights der Syscon 2019 sind die Digitalisierung, das Bundesteilhabegesetz, was wir nach vorne treiben, im Zuge dann natürlich auch die Fördertöpfe mitzunehmen und dann natürlich auch weiterhin die Appentwicklung. Ich bin hier, weil ich mich entwickeln möchte, dass ich vielleicht Leute kennenlerne, die spezielles Wissen haben, wo ich mich darauf einlassen kann und auch Erfahrungen sammeln kann. Vor der Qualitätsprüfungsrichtlinie brauchen Sie keine Angst zu haben. Fragenspiegel sind ein bisschen anders, sind ein bisschen anders aufgebaut, aber inhaltlich sind es Fragen, die wir kennen. Die richtigen Entscheidungen trifft man nur, wenn man gut beraten ist, weil keiner weiß alles. Letztlich können Sie eigentlich alles mit Förderkrediten zum Beispiel erledigen. Alles. Das sind die Erfahrungswerte, die ich hier mitnehme aus den Gesprächen, die teilweise zufällig entstehen, die man manchmal auch sucht. Man hört etwas, mischt sich dann ein. Das ist sehr wichtig. Die Zukunft der digitalen Assets geht heute bei uns los. Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020